Musik Ahoi Kohleausstieg, raus aus der Steinkohle. Übersetzt ins türkische, kümle vedaya merhaba, kümle dan vazgeçelim. Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr als Yeşil-Chamber mit dabei sein dürfen bei der Co-Land-Boat. Und es ist schön zu sehen, wie viele Leute mit dabei sind, gegen die Steinkohle, raus aus der Steinkohle, kümle dan vazgeçelim. Das ist eines von vielen Themen, die wir unserer Community schon mehr als zehn Jahre weitervermitteln. Und wir können mit Freude berichten, dass wir viele Haushalte umstimmen konnten, auf Ökostrom umzusteigen. Wir wissen, dass es viele Möglichkeiten gibt, sauberen Strom herzustellen. Wir wissen, dass der Stand der Technik uns mehr bietet als nur Windkraft und Sonnenenergie. Wir wissen auch leider, wie es sich anfühlt, einen Mitmenschen zu verlieren, der unter Tage ums Leben gekommen ist. Sei es unsere Großväter, die als Gastarbeiter im Kohlebau im Ruhrgebiet Malucht haben. Oder unsere Bekannten und Verwandten, die jedes Jahr miterleben, wie Arbeiter unter Tage in der Türkei ums Leben kommen. Wir wissen, dass es möglich ist, neue und sichere Arbeitsplätze zu schaffen, wenn wir auf erneuerbare Energien umsteigen. Wir wissen, was zu tun ist, um unsere Umwelt zu schützen und unsere natürlichen Ressourcen zu schonen. Deshalb ist die Aufgabe von den Schildschämmern und von uns allen zu vermitteln, dass wir uns umweltbewusster entscheiden und leben müssen. Unsere Community wächst stetig, findet neue Mitgliedsmultiplikatoren, die unser Wissen und Umweltbewusstsein weitervermitteln und fordern. Deshalb sage ich nochmal, raus aus der Steinkohle und ins türkische Kümel, dann was geht hier hin. Wooh! Wooo!